Die neue Tänalady Sicher gegen Nässe und Geruch Kein Schwein ruft mich an Keine Sau interessiert sich für mich Doch für 17 Pfennig pro Minute tagsüber Und 9 Pfennig abends oder am Wochenende Wähl mich 01030 Tell der Fax Für ganz Deutschland Für Liebhaber von Geflügelgerichten Tomi Lesso's Geflügelsahne Mit extra viel Sahne Und feinem Hühnerfond Die macht aus Geflügel Einen Genuss Erster Sahne Tomi Hier kommt der Genuss Probieren Sie mal Geflügelsahne Tomi Hier kommt der Genuss 20th Century Fox präsentiert Eine Geschichte, die sie auffordert Ihrem Herzen zu folgen Und sich selbst zu finden Sandra Bullock Und Harry Connick Junior Eine zweite Chance Ab 7. Januar im Kino Ein Geheimnis gegen Falten ist in ihrer Haut Haut eigenes Coenzym Q10 Und jetzt ist es in dieser Creme Je häufiger sie sie verwenden Desto weniger Falten sieht man Haut eigenes Q10 in der neuen Antifalten Q10 Tagespflege Von Nivea Visage Neu von Tomi Sahnesauce für Fischgerichte Ob warm Oder kalt Tomi Hier kommt der Genuss Der Weg zu Contantonios Kirschgut Mag steil und weit sein Aber nur an wenigen Plätzen unserer Erde Reifen die besten Kirschen für Montcherie heran Kirschen, die so aromatisch sind Dass sie zur Piemontkirsche werden können Vielleicht liegt es daran Dass wir hier oben der Sonne Ein Stückchen näher sind Montcherie mit der Piemontkirsche Typisch Bild der Frau Gut kochen und backen Mit Genuss durch den Winter Vom Schnitzel bis zum Sonntagskuchen Die besten Rezepte für die kalte Jahreszeit Jetzt überall, wo es Bild der Frau gibt Mami, mir reicht Ach komm, wenn du jetzt schön übst Gehen wir nachher auch zu McDonalds Okay Winnie Poo und seine Freunde Einen gibt es jetzt mit jeder Junior-Tüte Für nur 5,50 Mark und verbindliche Preisempfehlung Mit drei Flaschen können Sie schon eine Menge Zirkus machen Kümmerling, der sanfte Bitter Bürsten machen nur die halbe Arbeit Denn Kalk und Bakterien sitzen tief innen drin Kein Problem für die neuen WC Frischer Tieftabs Speziell für den WC Abfluss Wo Bürsten versagen, beseitigen Sie Kalk und Bakterien ganz von selbst Durch und durch sauber Die neuen WC Frischer Tieftabs Frisch, frischer, WC frisch Wir haben eines der modernsten Mobilfunknetze der Welt 98% Netzabdeckung in der Bevölkerung Beste Sprachqualität durch das High-Quality-Net Und Sie? Warum haben Sie sich für E-Plus entschieden? Netzabdeckung? Sprachqualität? Na, weil es super günstig ist Naja, auch ein Grund Das High-Quality-Net E-Plus E-Plus, so nah als wäre man da Pass auf die Piranhas auf, Pedro Ach, Sie sind hinter unseren Fischstäbchen hier Okay, Kiddies, her mit dem Gold Niemals Halt dich fest, Pedro Es ist Captain Iglo Filetiert sie Die einzigen Filets hier Sind in meinen Iglo Fischstäbchen Warum schmecken die eigentlich so gut? Das ist mein kleines Geheimnis Captain Iglo Fischstäbchen Gold für die Sieger Die Arme der geliebten Gerüssen Verraten Verurteilt Bebindig begraben Seit 18 Jahren Im Chateau Diff Doch das Schicksal Verwählt ihm eine zweite Chance Gérard de Batieu ist der Graf von Monte Cristo Ausgestattet mit einem unermesslichen Schatz Kennt er nur eines Vergeltung Unerbittlich deckt er die verbrecherischen Machenschaften seiner Peinige auf Der Graf von Monte Cristo Und bringt das Recht Gottes wieder zu den Menschen Doch wird er je Frieden finden Und die Erfüllung seiner großen und einzigen Liebe Sag meinen Namen, Mercedes Sag ihn Ornella Mutti Edmond Dantes Gérard de Batieu Ein monumentales Meisterwerk in vier Teilen Der Graf von Monte Cristo Unser TV-Ereignis im Januar Sat.1 Wir brechen das Eis Ich muss was mit Ihnen besprechen Erase all the borders And start in your head Open your mind To thoughts seldom said Open your eyes And open your mind Open your thoughts And don't stay behind Nescafe Open up, open up Open up, open up Nescafe Ist es nicht wunderbar Einmal Karriere zu machen Ist es nicht wunderbar Einmal eine Familie zu haben Ist es nicht wunderbar Sich nicht gleich festlegen zu müssen Wissen Sie, was ich an manchen Heartsprays nicht mochte? Das klebrige Gefühl Wissen Sie, was ich an Pantheonflexible Heartspray liebe? Alles Warum soll man sich für klebrigen Halt entscheiden Wenn es auch ohne geht? Dank Elastrez Dem revolutionären Inhaltsstoff Für flexiblen Halt gibt es nichts besseres Sie bekommen genau den natürlichen flexiblen Halt, den Sie brauchen Und ein gesundes Gefühl, das Sie lieben werden Pantheonflexible Für gesundes, hartes Glänz Fühlen Sie den Unterschied selbst Ist Ihr Hund schon älter als sieben? Dann braucht er weniger Kalorien und mehr Vitamine Genau das hat Pedigree Senior Für Hunde ab sieben Immer mehr Frauen bestätigen Persil Taps Das ist Reinheit in Bestform Seit Jahren schwöre ich auf mein Waschmittel Ich war immer zufrieden damit Aber Taps für die Wäsche Das ist doch mal was ganz anderes Persil Taps Endlich ein Waschmittel, das ganz einfach zu dosieren ist Und dabei so richtig sauber wäscht Persil Taps mit zwei Phasen Die blaue Phase löst den Fleck Die weiße macht das rein Perfekt Was so sauber wäscht Und so praktisch ist Hat mich überzeugt Probieren Sie es aus Die neuen Persil Taps Reinheit in Bestform Voila Nudelgratin mit Brokkoli und Käse Wie hast du das denn so schnell geschafft? Das ist mein Geheimnis Psst Die leckeren Gratins von Maggi Etwas geriebenen Käse dazu In 20 Minuten fertig Aber nicht weitersagen Maggi Gratins Mehr Zeit zum Genießen Claudia Schiffer vertraut dem Citroën Xacher Vertrauen Sie ihm doch auch? Nichts Bewegt sie wie ein Citroën Jetzt in Freundin Die Edwunder Trennkost 10 Pfund in 10 Tagen Mit extra Heft Wie Sie die Lebensmittel richtig kombinieren Was hilft Papa Wenn er erkältet ist Und Schlaf braucht? Schäfchen zählen? Ein Kräutercocktail? Oder? Probier doch Vic MediNight Das hätte mir neulich prima geholfen Vic MediNight Bessert Husten Schnupfen Kopf- und Gliederschmerzen Und sorgt so für einen erholsamen Schlaf Weil Papi schlafen kann Geht sie morgen besser Wie mir neulich Du Harvey Brauch das auch Vic MediNight Die liebevolle Art Die Erkältung zur Ruhe zu bringen Zu Risiken und Nebenwirkungen Lesen Sie die Packungsbeilage Und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker Nicht vergessen Einmal wöchentlich Elmex Gelee Zur intensiven Zahnhärtung Für gesunde Zähne Bis ins hohe Alter Zu Risiken und Nebenwirkungen Lesen Sie die Packungsbeilage Und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker Meine Eltern hatten Unrecht Naja, ich bin in einem Spielcasino Und ich habe den ganzen Abend gewonnen Vielleicht sollte ich alles auf die sieben setzen Sieben ist meine Glückszahl Vielleicht sollte ich aber auch alles bei einer Bank anlegen Die mir super Zinden bietet Volkswagen Bank direkt Direkt Mercedes Hey, der ist ja weich Ist der neu? Nein, schon tausendmal gewaschen mit Per Woll Wohl auch noch in der Maschine Per Woll mit Pflegebalsam Schützt die Wolle sogar in der Maschine Wo falsche Waschmittel Wolle verfilzen Hält Per Woll sie weich und schön wie neu Das nehme ich auch Per Woll, damit sie neu bleibt Auch als flüssig Wissen Sie, ich habe da ein kleines Problem Husten Aber jetzt weiß ich Es gibt eine ganz einfache Lösung gegen Husten ACC akut heißt die Einmal täglich ACC akut Der Schleim löst sich Und Sie haben Ruhe für den ganzen Tag Zu Risiken und Nebenwirkungen Lesen Sie die Packungsbeilage Und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker In diesem Motor In diesem Auto Hat das 21. Jahrhundert schon begonnen Der GDI Charisma mit Benzindirekteinspritzung Er verbraucht weniger Benzin Bringt dennoch mehr Leistung Und reduziert die CO2-Emission Jetzt für 5 Mark am Tag lesen Bei Mitsubishi Miteinander träumen Miteinander lachen Miteinander glücklich sein Miteinander Kirschen essen Und jetzt Unser neuestes Angebot Der GDI Charisma EXE Mit üppiger Extra-Ausstattung Jetzt für 5 Mark am Tag lesen Bei Mitsubishi Es sieht nicht aus wie Make-Up Es fühlt sich nicht an wie Make-Up Es ist eine neue Art von Natürlichkeit Das neue True Illusion Eine Innovation von Jade Manche Make-Ups sehen fleckig aus True Illusion dagegen verteilt sich Dank feiner Mikropartikel Absolut leicht und gleichmäßig Ohne Ränder Es ist so gut wie unsichtbar Damit sorgt True Illusion für einen makellosen Teint Und keiner sieht, dass es Make-Up ist Wahr oder Illusion? Das neue True Illusion Eine Innovation von Jade Ich fühl mich schön mit Jade Ja? Kaufen Es gibt einen Dreh, Millionär zu werden Glücksspirale Im Handumdrehen Eine Million Mark gewinnen Live und in Bar In der Show in Sat.1 Glücksspirale Lose nur bei Lotto Kaufen Die Filmfilmpremiere in Sat.1 In der Zukunft wird die Zeit zur Waffe Eine temporale Schockwelle Eliminiert eine einzige Spezies Und infolgedessen wird die gesamte Geschichte verändern Feier! Raumschiff Voyager Ein Jahr Hölle Und danach Demi Moore Bruce Willis Und Harvey Keitel In einer mörderischen Geschichte Zwischen Wahrheit und Lüge Tödliche Gedanken Freitag ab 20.15 Uhr In Sat.1 Der heißkalte Winter bringt Ihnen SK Kölsch Die Polizeiserie der Extraklasse Mehr dazu nach der Werbung Es gibt etwas Neues Ich schütze nicht nur mein Haar beim Kolorieren Ich baue es auf Mit dem neuen L'Oreal Excellence Creme Es tropft nicht Natürlich schützt es das Haar Das hatte schon immer Aber das neue Excellence macht es kräftiger Ceramid-Proteine finden gezielt die Schwachstellen im Haar Und geben ihm mehr Kraft und Fülle Für intensive Farbe Und graue Haare werden perfekt abgedeckt Nicht, dass ich je welche hat Neu mit Ceramid-Protein Excellence Creme von L'Oreal Weil ich es mir wert bin Ich hab mit Mami ein Flugzeug gebaut Das hat sogar ein Extrafach für mein Milky Way Mein Co-Pilot ist dafür verantwortlich Milky Way speziell für Kinder Lockerleichte Milchcreme-Füllung Umhüllt von guter Vollmilchschokolade Hey, das kommt gut Super gut Den Co-Piloten behalte ich Milky Way speziell für Kinder Polaroid im Dreierpack Nur 59,90 Unverbindliche Preisempfehlung Unsere Lippen bestehen zu über 50% aus Wasser Jedes Prozent weniger sieht man ihnen an Neu Labello Hydro Pflege Der einzigartige Pflegestift, der den Lippen aktiv Feuchtigkeit zurückgibt Was sie hundertprozentig spüren werden Labello Hydro Pflege Zum ersten Mal hab ich's gemerkt, als ich grad bei meiner Schwester Karin war Die Binde hat bei meiner Blasenschwäche versagt Aber Karin gab mir einen extra entwickelten Schutz Atenz Discreet Sieht aus wie eine Binde Aber nur Atenz Discreet hat Aktivfasern Die leiten Flüssigkeit schnell in den Kern, der sie in Gel verwandelt Flüssigkeit und Geruch werden sicher eingeschlossen Das heißt, trockener, sicherer Schutz rundum Mit Atenz fühl ich mich einfach sicher und wohl Atenz Discreet Extra für Blasenschwäche, für extra Trockenheit Muster unter 080 22 33 1 Ein Fall für weißer Riese Megaperz Oh, ihr seht ja klasse aus Das waren wir nicht Das sind diese gemeinen Fleckenzwerge Fleckenzwerge? Oh je, die gehen nicht raus Tja, das ist ein Fall für weißer Riese Megaperz Denn nur in meinen Megaperz sind extra blaue Fleckenzwerge drin Damit mache ich Fleckenzwerge bei mir Der Fall ist gelöst Dank weißer Riese Megaperz mit extra Fleckenzwerge Für einen ruhigen und erholsamen Schlaf Baldrian despert Nacht Nur in ihrer Apotheke Wenn du möglichst selten abwaschen willst Stell dich einfach blöd an Jetzt, pass auf Das habe ich vergessen und das Wasser ist schon ganz fettig Wirklich? Und was jetzt? Du machst das schon prima Ferry löst das Fett und fängt es ein Siehste, so sauber wie das Erste Du Experte Ferry Ferry Ultra Das kleine Wunder gegen Fett Neu von Nestle LC1 Go Mit der einzigartigen LC1 Kultur stärkt er ihre natürlichen Abwehrkräfte Tja, kleine Flasche Große Wirkung Nestle LC1 Go Der kleine große Beitrag für ihre Gesundheit Täglich Gefriert der Korn in seiner Flasche Brauchst du Pulmol in deiner Tasche Zeit für Pulmol Tut gut, schmeckt gut Sag mal, wie machst du das bloß, dass deine Haut so gut aussieht? Das geht los mit der Gesichtsgymnastik Und dann natürlich die Gumpelsche Ach komm, ehrlich? Viel einfacher Ich brauch nur eine Grip Die neuartige Gesichtspflege Die Eulof-Olas-Feuchtigkeitspflege Und wirksamen UV-Schutz Mit einem Vitamin-Mineral-Komplex In einer kompletten Creme kombiniert Und der Name Eulof-Olas-Komplit So bekommt meine Haut, was sie braucht Die neue Eulof-Olas-Komplit Einfach, komplett, gut Energie fürs Leben Bayernwerk Ich will den puren Geschmack saftiger Zitronen Aber keine Bonbons Und ich, ich will kühle, frische Minze Aber nicht zum Lutschen Jetzt gibt's zum ersten Mal den puren, frischen Geschmack von Zitronen und Minze in einem Orbit Neu, Orbit Lemon Fresh Nur der schmeckt so erfrischend gut, dass er den Namen Orbit verdient Endlich minzige Zitronen Aber nicht zum Lutschen Sondern zum Kauen Neu, Orbit Lemon Fresh Mehr als ein Bonbon Der neue Ford Car Edition K2 Snow Kleiner ist schöner ist besser Ford, die tun was Eine Stadt im Ausnahmezustand Morgen beginnt der Karneval Ein etwas eigenwilliger Kommissar Ich bin Bulle Und sein neuer Partner Ich brauche für meine Arbeit ein professionelles Umfeld Ein ungleiches Paar in einer neuen 71-Polizei-Serie Gleich hier Gleich hier Erster Fall Wird zur Bewährungsprobe Ein Psycho-Killer hält die Stadt in Atem Läuft ein psychopathischer Kinder durch die Stadt Die Kölner Krippe hat nichts besseres zu tun, als Luftballons aufzublasen SK Kölsch Die Polizei-Serie mit Pfeffer und Salz Warum muss ich hier eigentlich immer die Idioten-Jobs machen? Weil du eine Frau bist, schätzchen Gute Freunde stehen zusammen Eine scheiß PKA-Erfahrung, die kannst du immer schön von der Backe putzen Wir sind hier in Kölle SK Kölsch Das neue Serien-Highlight Montag, 20 Uhr 15 Na bitte In Sat.1 So lecker Das Whiskas Lieblingsmenü Mit dem speziellen Whiskas-Schonverfahren Für so viel mehr Geschmack Bringt ihren kleinen Tiger zum Schnurren Katzen würden Whiskas kaufen Jeden Tag Unsere Haushaltwaren helfen sparen Jetzt bei Karstadt und Hertie Die 68-teilige Besteckgarnitur von Justinus Für 12 Personen aus rostfreiem Edelstahl Komplett im schicken Attaché-Koffer Für 169 Mark Und das ist nur eins von vielen tollen Angeboten Jetzt bei Karstadt und Hertie Hey, Sie haben das richtige Gewinn-Symbol entdeckt Erleben Sie als Ihren Gast in Berlin Die Musical-Weltpremiere der Glöckner von Notre Dame Fliegen Sie mit Coca-Cola Light In ein exklusives Wochenende für zwei Personen Übernachten Sie im Luxushotel Adlon Und genießen Sie in Ihrer neuen Abendgarderobe Die Weltpremiere des Disney-Musicals Der Glöckner von Notre Dame Mit anschließender Premierenfeier Erfrischen, Etikett checken 080-32838 anrufen Und sofort erfahren, ob Sie unser Ehrengast sind Rotkäppchens frischer Landrein Der Beste von Rotkäppchen Frisch aufs Brot Lecker Ein Geheimnis gegen Falten ist in Ihrer Haut Haut-eigenes Q-Enzym-Q10 Und jetzt ist es in dieser Creme Je häufiger Sie sie verwenden Desto weniger Falten sieht man Haut-eigenes Q-Enzym-Q10 In der neuen Anti-Falten-Q10-Tagespflege Von Nivea Visage Ihr braucht immer nur was für den kleinen Appetit zwischendurch Zum Glück gibt es aber auch etwas für den großen Appetit Von Unox Heiße Tasse Extra Mit extra viel Gemüse und extra viel Nudeln Für den extra großen Appetit zwischendurch Unox heiße Tasse Extra Jetzt die drei neuen Sorten probieren Galopper Die ziehen immer Ab 33.600 Mark jetzt bei Mitsubishi-Händler Für einen ruhigen und erholsamen Schlaf Baldrian despert Nacht Nur in ihrer Apotheke Neues aus der Milkaner Gerüchteküche Milkaner lässt sonntags landesweit die Käseglocken läuten Das ist natürlich Blödsinn Richtig ist vielmehr Es gibt jetzt die neue Milkaner Käseküche Die erste flüssige Käsecreme mit der Aufläufe Gratins und Soßen Einfach lecker gelingen Falsches dagegen, dass sie durch den extra Schuss Sahne auch im Kaffee schmeckt Milkaner Kaum ein Käse kann so viel Geben Sie Tee hinein Gießen Sie heißes Wasser dazu Ziehen lassen Herunterdrücken Die Asam-Tee-Kanne von Bodo Guten Tee kann man nicht besser zubereiten Liebling, weißt du woran ich gerade denke? Sie sind knackig, sie sind nussig Und du hast immer welche im Haus Keine Ahnung Ferrero Küsschen natürlich Und was bieten wir unseren Freunden an? Ach, die kommen schon nicht Na gut Ja Ferrero Küsschen So knackig, so nussig und vor allem nicht so süß Wer kann da schon widerstehen? Küsschen schmeckt auch ohne Freunde Ach, da sind sie ja doch Ach komm, guten Freunden gibt man doch ein Küsschen Aber erst noch eins für mich Ferrero Küsschen It's so easy mit Alturs Alturs, alles aber günstig in ihrem Reisebüro Mit dem Latteo Milchschäumer von Bodum können Sie jetzt auch zu Hause echten Cappuccino machen Magnifico Bodum, everything works beautifully Der Mensch, eine erstaunliche Schöpfung Er kann tausende Geschmacksrichtungen erkennen Zehntausend Düfte riechen Über 300 Farben sehen Aber schon bei einer einzigen Erkältung fühlt man sich total im Eimer Fragen Sie in Ihrer Apotheke nach Ratio Crepal plus C Und den anderen preiswerten Erkältungsmitteln von Ratio Farm Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker In Schweden begehen wir das Ende der Weihnachtszeit mit einem Fest, das Knütt genannt wird Das ist traditionell die Zeit, in der wir Schweden uns von den Weihnachtsbäumen verabschieden Um mehr Platz zu schaffen Für neue Möbel zum Beispiel Kein Wunder bei diesen Ikea-Preisern Also, halten Sie die Augen auf Jede Pflanze hat ihr Geheimnis Sebastian Kneipp wusste, welche Kräfte in Pflanzen ruhen In den Ölbädern von Kneipp wirken reine ätherische Öle Melissa entspannt, Wacholder belebt, Eukalyptus befreit Kneipp für Körper, Geist und Seele Voila, Nudelgratin mit Brokkoli und Käse Wie hast du das denn so schnell geschafft? Das ist mein Geheimnis Psst, die leckeren Gratins von Maggi Etwas geriebenen Käse dazu, in 20 Minuten fertig, aber nicht weitersagen Maggi Gratins, mehr Zeit zum Genießen Einhundertundzwei Dreiundneunzig Achtundsiebzig Dreiundfünfzig Ich weiß nicht, wie alt mein Opa ist, aber heute ist er viel jünger als heute Disneyland Paris Information und Buchung in ihrem Reisebüro oder unter 0180 581 89 Sat.1 und Becks präsentieren Westernhagen live 1999 Ich bin wieder hier Meine Nach vier Jahren endlich wieder unterwegs Weil ich euch liebe Der eiskalte Winter in Sat.1 Wenn das leidhaftige Böse erwartet Gibt es kein Mitleid Keine Erbarmung Keine Gnade Doch eine Frau versucht sich zu wehren Genau das nenn ich Intensiv Intensiv Allein gegen den Killer Gleich In Sat.1 Ich hab's geschafft, sie ist tot, ich hab's geschafft Keine Gnade